Wie fühlt sich das an? Wie oft sind in der Halle? Die ersten Spiele sind schwer reinzukommen. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Wir hatten eigentlich durchgehend den Ball, aber nicht so durch die Torchancen. Hinten raus haben wir das dann, denke ich, besser gemacht. Konsequente auf den Ball laufen lassen. Und dann, ich denke auch, durch die Torchancen haben wir am Ende doch verdient. Wie tief saß der Stachel? Vielleicht noch von 3 zu 3 gegen Concordia Albach. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, was wir uns nicht so vorgestellt haben. Von daher versuchen wir das letzte in Zukunft des Turniers auf jeden Fall anders zu bestalten. Schon viel Erfolg dabei. Vielleicht noch einen abschließenden Gruß an Luca Steinfeld. Euer Bomber, der in diesem Jahr nicht dabei sein kann. Silvester allerdings in Stockholm feiert. Ich habe es schon gelesen. Luca, schade, dass du nicht da warst. Du hast uns letztes Jahr total geholfen, das Ding zu gewinnen. Genießt den Urlaub und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Besten Dank! Ich komme mit der 20 Janik Frie, die 21 Uhr.